Das bist du nicht mehr so cool oder das ist so als würde man einem Rapper sein Mike wegnehmen Jetzt halt dich nicht dran fest Mensch, ich hab doch keinen Slack I open the door, let's go in the house oder ist es ein Haus in the base? Ach ne, wie das so geschützt aus ist Hallo, ich suche den Weg zum Generator oder was auch immer wir suchen müssen Ich hab uns ganz aufs Missionsziel geachtet Oh, abgewehrt, ha, was machst du jetzt? Ho, abgewehrt, ha, puh, machen wir mal das Abwehrspielchen Na, was jetzt, was jetzt? Nachladen, okay Nachladen, na los, lad doch nach Ach, ach, du bist langweilig, weißt du was Spiel, ich spiel's mal eine Runde Sag mal, hallo zu deinem Kollegen So, jetzt geht's mir den Kopf durch die Wand Oder bist du schon tot? So Schau mal an, was du mit deinem Kollegen gemacht hast Schau ihn dir an Oh, er ist weg Hallo Kannst du mir den Weg zum, zum Ding zeigen, zum Generator Was, doch Kein Grund, gleich zu schießen, Mensch Oh, ich liebe es, diesen Staumtuper zu vergewaltigen, ey Ah ja, gut, da oben ist da eins, hab ich gar nichts sehen Was macht Energie wiederhergestellt, na super Was ist denn jetzt los? Okay, jetzt geht's wieder Was ist das? Ach, nee, ist schön, diese, diese, diese Obergangster Wahrscheinlich hört's doch aus, mein Mausgetippe So, in your face, bitch Zapp 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 und, warte Boah, das ist nämlich eine Kombi, ey Er kann ja noch gar nicht richtig aufstehen Also im Film, wenn da jemand liegen Also wenn da jemand hinfällt bei einem Bei einem Jedi-Kampf Da, ob's vertippt Also wenn im Film jemand hinfällt bei einem Jedi-Kampf Da lassen sie ihn aufstehen Aber das wäre doch klüge, wenn man Ihn gleich angreift Hey, ich fühle gar kein Leben Was machst du denn? Oh mein Gott Er vergewaltigt mich Nein Ich vergewaltigt mich Warte, weißt du was? So, weiter Vertipp ich mich diesmal nicht Jetzt kriegst du mal eine Face Wie das Make-On-Style Oh, das ging aber schnell Vorhin war das War das Viel Langsamer Warte, ich kann nicht irgendwie retten Kann ich irgendwie retten Lieber Buki So, du bist frei Oder muss ich dich komplett befreien? Weil du so fett bist Okay, jetzt hat er zwei Leben verloren Aber er ist frei Du bist frei Genieß die Freiheit Mein Mein Kumpel Okay, jetzt hat er Was ist das? Ja, wahrscheinlich schon Natürlich Hä? Und was muss Was muss ich jetzt mit diesem Schädel machen? Hä? Hä? Achso Wie peinlich Ich hätte wissen sollen, dass ein Attentäter kommen würde Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt Seid ihr wirklich ein Jedi Dann zerstört die Plattform Wenn die Himmelsplattform fertig ist Bringt das Imperium Wookie-Sklaven ins All Dann werden sie ganze Dörfer in wenigen Tagen verschleppen Das Imperium repariert sie Ja, irgendwann vielleicht Aber die Wookie-Sklaven hätten eine Chance zu fliehen Fahrt mit dem Lift zum Waldboden hinunter Es wimmelt dort von Imperialen Was ist mit euch? Ist noch ein Imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot Was soll ich denn mit einem Piloten? Ja, ich will keine misleading Juno, ich habe gefunden was wir sind Äh! Was ist zum? Gerade habe ich mich bewegt ohne etwas zu treffen Noch nicht! Ich muss erst die Himmelsplattform deaktivieren Oh man, das Level kann lang dauern Endlich mal wieder ein langes Level Kämpfe dich durch die Wookie-Jabtrunde vor Alles gut, mal sehen was ich von hier aus tun kann Oh, ok Ich bin Verundlichkeit. Du kannst mich nicht töten. Ich bin Chuck Norges, motherfucker. Und du kannst mich auch nicht töten. Aber du kannst mich nerven. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du kannst mich nicht töten. Ich bin Chuck Norges, motherfucker. Yeah, Fußball. FIFA WM 2011. Nee, Quatsch 2012. Und nee, Quatsch 2014. Mein Gott, bin ich schlau. So, jetzt geht er rein. Hinter dir. Danke, Kollegah. Ich glaube, am Schluss kann man wählen, ob man weiter als Imperialer spielen möchte oder als Rebelle. Weil da habe ich eine Verpackung gesehen, dass man da wählen kann. Also am Schluss, keine Ahnung, kann auch sein, dass ich mich verlesen habe oder so. Lassen wir uns überraschen. Okay. Oh ja, ich spiele zwei Asis. Einer davon fühlt sich cool. Ich spiele mit dem Pong. Den Blitzer. Warum habe ich keinen Blitz aufgeladen? Sag, warum kann ich den Blitz nicht verwenden? Spielersteller, sag's mir das. Jetzt geht's. Ops. Ja, sein Kreuz ist nicht mehr gerade das jüngste, ne? Deswegen ist er jetzt ungeknickt. Erstmal schalte ich diese Geschützfritzen aus. Der da oben ist. Scheiße, wie komm ich da hoch? Hallo. Kannst du mir sagen, ich da hochkomme? Nein. Ist deine Antwort. Okay, das heißt wohl nein. Und du? Du sagst. Das heißt wohl auch nein. Nehme ich mal das da. Das ist das Gesundheit wieder gestellt. Hey du da. Geh mal zu deinem Kollegen und sag es aber aufhören auf mich zu fallen. Du auch. Also hier kann man das alte Geschick noch gut sehen. Hä? Hier ist ein Sumpf. Das war ja schon früher, Kevin. Und du bist voll der Checker und so, ne? Also was rede ich hier für den Scheiß? Wahrscheinlich versteht ihr jetzt gerade gar nichts, was ich da war, ne? Ich langweile euch das damit, aber... Ich bin ein Anfänger, Let's Player. Ich darf sowas. Es ist aber gut hier. Nicht mehr lauten. Wie geht denn das noch nicht? Ne, ich wollte nicht das. Ich wollte ein Schild einsetzen. Wie geht denn das? Hallo du da, ich will dich runterholen. Schwuchtel. Schwuchtel, komm runter. Ach egal, lass ich den Schwuchtel erst mal. Ui. Boah. Weicht den Laser aus. Nein. Gut. Automatische. Automatische Tür. Ach nö. Nicht wie so'n Generator. Hier öffnet mal den Generator für mich. Oh, er öffnet. Ja gut, ihr macht sogar zu zweit. Seid ihr, aber höflich. Okay. Hast du sie jetzt geöffnet? Ich sehe, nein. Ich glaub, ich wollte ihn eigentlich schuben. So ungefähr. Er ist verbraten. Ist für ein grausamer Tod. So, befreien wir erst mal die Wookies. Na, komm schon. Oder müssen wir drehen jetzt nach außen auch. Okay, hallo. Kannst du mehr helfen? Lauf mal da durch. Oh mein Gott. Wo ist denn der Generator? Ist es das da? Ob das ist das? Ich kann da gerade keine Aktion drauf machen. Alter. Was? Nein. Ich gehöre niemandem. Okay, es geht weiter. Ich hab jetzt mal kurz. Aber ihr habt nichts verpasst. Da kann ich euch beruhigen. Na, bist du freundlich? Bist du ein freundlicher Wookie? Äh. 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 Was zum. Teufel. Hatte gerade Selbstmord begangen. Ich rette den an der BG Selbstmord. Ich rette den an der BG Selbstmord. Ich rette den an der BG Selbstmord. Ich hab euch nicht vermisst. Ich hab euch nicht vermisst. Ich hab euch nicht vermisst. Und euch hab ich auch nicht vermisst. Ja, 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 ja. Jetzt ist aber gut hier. Weißt du was? Weißt du was? Was? Was gibt es? Es ist aber gut hier. So. Was war's? Was? Ich glaub die tauchen zufällig auf. Vorhin hab ich die gar nicht gesehen. Kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Ist. Ach so er ist tot. Okay. Ist der Geschütz-Boy. Ach nö. Na quatsch. Komm. Hamehameha. Und jetzt leg ich so erkorts nicht legen, sondern thunderschock. Bleib liegen. Na los. Bleib liegen. Und jetzt weg. Das stammste wahrscheinlich. Na komm her. Na komm her. Na komm her. Na los. Komm her. Oh. Zu langsam. Komm her. Komm her. Scheiße. Oh zu langsam. Wieder Autotür. Ich stelle dir die Gefängnis-Eindämmungsfelder aus. Na ja. Ich nehme einmal an. Ich muss den Strom abzapfen. Ich nehm mal an. Es ist ziemlich stark bewacht. Und ich nehm mal an. Das stimmt. Eine Befürstung besteht sich. Schätzungsweise auch. Ja. 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 Mr. Geschütz-Boy. Ja. Was machst du jetzt mit dem Geschütz- Na Mr. Sniper-Boy. Na Mr. Keine Ahnung. Mr. Langsame. Scheiße. Scheiße. Wer schießt da? Huh. Daneben. Huh. Ich mein nur. Die knallen die unschuldigen Rookies ab. Lass sie in Ruhe. Hallo. Oh. Du Wichser. Hallo du da. Hallo. Hallo du da. Was. Gautruppe. Okay. Das wäre jetzt fies. Wenn man da drauf gest... Äh. Darauf gegangen wäre. Ja. Das wäre echt scheiße. Aber zum Glück war's das nicht so. Zum Glück sind da nur ein paar Truppen die uns auf den Sack gehen. Das ist doch schön oder? Ja. Und da auch. Ich wette wenn man den Schwächkeitsgarten verändert hätten wären wir schon längst fünf Parts hinten. Was macht der da? Ich raff dir mal an. Verpeilt. Warte. Jetzt kriegst du zurück. Na los. Greif ich an. Egal. Dann mach ich es weiter. Klatsch. 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 Ja. Danke. Er fand meinen... Er fand den Tod, was ich ihm gegeben habe, so gut, dass er gar nicht klappt hat. Schnellste. Gute Arbeit. Sehr gut. Okay. Gute Arbeit.